ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hallo Leute! Herzlich willkommen beim großen Krabbeln. Ja, heute geht es um Ameisen als Haustiere. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich da so reingucke, dann kribbelt und krabbelt es mich ehrlich gesagt schon überall. Aber es gibt immer mehr Leute, die sich Ameisen daheim halten. Deswegen zeige ich euch heute mal, was man dabei so beachten muss. Wir starten wie immer mit der Quizfrage. Viele Leute haben bestimmt schon eine Idee. Die Auflösung gibt es am Ende der Sendung. Aber jetzt habe ich erst mal ein paar tolle Infos für euch. Das gibt es fast überall auf der Welt. Sogar am Polarkreis oder in der Wüste. Weltweit sind über 12.000 verschiedene Arten bekannt. Die sozialen Insekten helfen zusammen und leben als Kolonie in einem Nest. Ein Ameisenstaat besteht fast ausschließlich aus weiblichen Tieren. Die Königin ist die Mutter einer ganzen Kolonie. Sie ist größer als alle anderen und wird auch älter. Sie paart sich mit mehreren geflügelten Männchen, die danach sterben. Um die Eier, die sie legt, kümmern sich Arbeiterinnen. Sie bauen auch das Nest, halten es in Stand und beschaffen Futter. Bei manchen Arten gibt es auch Soldatinnen, die das Nest verteidigen. Ich besuche heute Thomas. Ah, da bist du. Hallo, Anna. Boah, und so viele Ameisen. Wie viele Ameisen hast du denn? Ist gar nicht so einfach zu sagen, aber ich würde sagen, um die 50.000. Habt ihr schon mal jemanden kennengelernt, der 50.000 Haustiere hat? Ich glaube nicht. Was ist denn das hier für eine Art? Das sind Paratrychina longicornis. Haben die auch einen deutschen Namen? Sie haben einen englischen Namen, heißen Crazy Ants, im Deutschen als so verrückte Ameise. Und diesen Namen haben die Ameisen, weil sie wie wild durch die Gegend flitzen, wenn man sie ärgert. Und was ist das hier für eine Art? Das sind Cambonotus nicobarensis. Auch wieder so ein komplizierter Name. Aber man gibt allen Organismen einen lateinischen Namen, damit man weltweit verstehen kann, um was es geht. Das ist die genaue Bezeichnung, egal welche Sprache wir jetzt sprechen würden. Mit Cambonotus nicobarensis würden es alle auf der Welt verstehen. Alle, die sich mit Ameisen auskennen. Genau. Jetzt will mir Thomas noch seine Favoriten vorstellen. Die hier? Genau. Welche davon ist denn jetzt deine Lieblingsameise? Das sind alle. Alle? Also die ganze Ameisenart? Genau. Das sind sogenannte Urameisen, Neoponera apicalis. Thomas mag diese Art besonders gern, da sie sehr aktiv und intelligent ist. Ihr faszinierendes Verhalten macht Ameisen zu echt spannenden Haustieren. Ja, die sind jetzt hier in so einem Terrarium drin, oder? Wie nennt sich das? Das heißt Formicarium. Wenn du jetzt Fische hältst, hältst du sie in einem Aquarium. Wenn du jetzt irgendwelche Reptilien hältst, hältst du sie in einem Terrarium. Und wenn du jetzt Ameisen hältst, heißt es Formicarium. Ah, lustig. Wieder was gelernt. Und ich habe schon erspitzelt, du hast da hinten noch ganz viele Formicarien. Die sind aber wesentlich kleiner als das hier. Wollen wir da mal hinschauen? Ja, klar. Da sind die Ameisen auch kleiner als da drüben. Deswegen brauchen die wahrscheinlich auch weniger Platz, oder? Wie viel Platz braucht denn so eine Ameise? Das bringt natürlich darauf an, wie groß so eine Kolonie ist. Am Anfang brauchen sie natürlich wenig Platz. Ah, also nicht wie groß die Ameise ist, sondern wie groß die Kolonie ist. Genau. Wie viele Tiere drin sind. Okay, das heißt, wie viel Platz brauchen sie am Anfang? Genau, dann hast du hier sowas wie, das ist jetzt eine ganz kleine junge Kolonie. Hier. Die brauchen noch ganz wenig Platz. Das sind noch ganz wenig Tiere. Das ist ja abgefahren im Reagenzglas. Wie viele Tiere sind da? Ist das die Königin? Ja, das große ist die Königin. Boah, die ist ja ungefähr 20 mal so groß wie die anderen. Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Tiere sind das jetzt ungefähr? Das sind jetzt ungefähr so 20 Tiere. Das ist jetzt eine kleine Kolonie Lasius Niger, aber ich habe auch eine große. Und zwar, wenn du jetzt hier schaust, die leben hier in diesem Becken. Aber auch in diesen zwei hier unten. Moment. Ein und dieselbe Kolonie lebt in allen drei Becken und die können von einem Becken ins andere gehen? Genau. Wie du hier siehst, sind die Becken hier mit einem Schlauch verbunden. Und da hinten auch, oder? Genau. Das heißt, wie viele Tiere sind jetzt in den drei Becken drin? Ungefähr acht bis zehntausend. Wie lange dauert das denn, bis 20 Tiere acht bis zehntausend Tiere werden? Die Kolonie ist jetzt acht Jahre alt. Ah, okay. Also das dauert schon eine Weile. Genau. Und wenn der Platz mal je ausgeht, zeige ich dir, was man dagegen tun kann. Sehr gut. Aha. Das ist jetzt also unsere Kolonie, die umziehen darf, weil sie zu groß geworden sind für ihr Formicarium. Was ist das denn jetzt für eine Art? Das sind Formicacineria. Also die haben jetzt einen einfachen Namen und die heißen Aschgraue Sklavenameise. Also zugegeben, so richtig schön sieht deren Zuhause ja jetzt momentan noch nicht aus. Da müssen wir was dran ändern. Ja. Die Ameisen dürfen jetzt dabei zusehen, wie wir ihr neues Zuhause basteln. Was brauchen denn Ameisen so ganz grundsätzlich, damit sie sich wohlfühlen? Ja, sie brauchen natürlich irgendwo ein Nest. Am besten sollte das auch dunkel sein und wo sie sich einfach zurückziehen können. Aha. Und dafür kommt jetzt das da rein? Genau. Da habe ich mal schon mal was vorbereitet. Und zwar ist das hier so ein Gasbetonstein, in dem ich da schon mal ein paar Kammern ausgeformt habe und hier mit Sand und Lehm schon ein bisschen bestrichen habe. Das ist hier am Stellen, wo ich jetzt hier an der Seite selber danach schauen kann, wie geht es der Kolonie. Und das packen wir jetzt hier? Genau. Das packen wir jetzt hier rein. So, und dann können wir jetzt den Stein hier reinsetzen. Als Zugang zum unterirdischen Nest dient das Loch in der Mitte des Steins. Wofür ist der? Dass sie einfach was zum Kraxeln haben? Genau, dass er einfach so ein bisschen uneben ist, weil nur eine gerade Fläche ist doch richtig langweilig. Dann können sie da klettern. Pupslangweilig. Jetzt streichen wir die Steine mit einer Paste aus Sand und Lehm ein und dichten die seitlichen Ritzen ab. Das ist ja jetzt aus Sand und Stein. Das ist wahrscheinlich nicht für alle Ameisenarten geeignet, oder? Genau. Es kommt immer drauf an. Manche Ameisen mögen das so in Hohlräume zu sitzen. Andere graben ganz gern in der Erde. Also da muss man ein bisschen gucken, okay, was für eine Ameisenart habe ich und wo gefällt es denen am besten. Ein bisschen Deko darf natürlich auch nicht fehlen. Schön. Gut. Kommt noch was rein? Nein. Dann lassen wir das Ganze jetzt mal trocknen. Wir waschen uns die Hände und dann kannst du mir bestimmt noch ein paar Ameisen mehr vorstellen. Die zeige ich dir. Das sind mal ordentliche Brummer. Haha. Was ist das für eine Art? Das sind Camponotus fulvopilosus. Es ist jetzt eine Art, die aus Südafrika kommt. Aus Südafrika? Dann mögen die es bestimmt ziemlich warm, oder? Wie du hier siehst hier oben, das hier sind so Lampen, die eben Hitze abgeben. Wie sieht es dann aus mit der Luftfeuchtigkeit? Ja, die Art kommt jetzt eben aus der Wüste. Die brauchen jetzt keine Feuchtigkeit in der Luft, sondern nur warm und trocken. Aber es gibt natürlich eben Arten, jetzt wenn du an den Dschungel denkst, die brauchen es dann warm und feucht. Und es gibt eben Arten wie unsere Einheimischen, die wollen meistens nur feucht haben. Ameisen sind sehr reinlich. Im Nest haben sie einen Toilettenbereich. Draußen gibt es eine Stelle, zu der sie Futterreste und verstorbene Artgenossen bringen. Jetzt wird weitergebastelt. Viele Formikarien sind oben offen, da Ameisen frische Luft mögen. Doch wie bleiben die Krabbeler dann bloß da drinnen? Der nächste Schritt ist der Ausbruchschutz. Was ich jetzt immer mache, ich habe hier immer so einen Glasrahmen, den setze ich dann hier immer drauf. Und dann werden wir unter den Rahmen unten Paraffinöl auftragen. Also das ist einfach so ein durchsichtiges Öl, in dem sie einfach Schwierigkeiten haben, wenn sie jetzt schon kopfüber laufen müssen, haben sie schon schwierig Halt. Und wenn dann noch Öl kommt, dann putzeln sie runter, wenn sie keinen Halt mehr haben. Die rutschen dann weg, okay. Alle zwei Monate muss Thomas eine neue Schicht Öl auf den Glasdeckel auftragen. Der Ausbruchschutz ist bei exotischen Arten besonders wichtig, denn sie könnten in der freien Natur Schaden anrichten. So, jetzt wird's spannend. Das zu klein gewordene Nest ist in dem schwarzen Kästchen. Sobald die Ameisen ihr neues Zuhause erkundet haben, ziehen sie mit Sack und Pack aus dem alten Nest aus und in das neue, größere Nest ein. Während sich die Kolonie umsieht, zeigt mir Thomas, wie er seine Ameisen füttert. In der Natur trinken Ameisen zuckerhaltigen Saft von Pflanzen oder melken Blattläuse. Im Formicarium bekommen sie Zuckerwasser, also Wasser, in dem Zucker aufgelöst wurde. Zusätzlich dazu gibt es eiweißhaltiges Futter. Das braune hier sind Schokoschaben und das andere sind Heimchen. Schokoschaben, die sind aber nicht aus Schokolade, oder? Nein, sind sie nicht. Pfade. An wen können wir das verfüttern? Das könnten wir denen hinter mir geben. Was wie wildes Gewusel aussieht, hat ein System. Mit einer chemischen Duftspur markieren die Arbeiterinnen den Weg zum Futter. Diese Spur erkennen die anderen Ameisen mit ihren Fühlern. Mit solchen chemischen Signalen reden die Ameisen miteinander. Was sagen die sich noch so gegenseitig? Wenn z.B. das Nest angriffen würde, geben sie sich noch weiter. Ah, okay, dann warnen die sich gegenseitig. Und was machen sie mit einem Feind? Es ist jetzt diese Art hier, die verbeißt sich im Feind und sticht die dann. Aua, das hört sich schmerzhaft an. Und was ist mit Anpinkeln? Das machen doch auch manche Ameisen, oder? Ja, andere Arten, die verbeißen sich im Feind und spritzen dann Ameisensäure in die Wunde. Es ist ein Urglaube, dass es Urin ist, sondern es kommt zwar aus dem Hinterteil raus, aber es ist kein Urin. Was wäre denn, wenn ich jetzt meine Hand da reinhalten würde? Würden die mich als Feind betrachten? Sobald du in die Nähe des Nesteingangs kommst, dann werden sie dich als Feind ansehen. Ameisen sind jetzt keine Tiere, zu denen man Körperkontakt aufbauen kann, sondern ein reines Beobachtungstier. Was ja auch super spannend ist und auch entspannend. Also ich finde die echt faszinierend. Aber sind Ameisen auch entspannend für den Geldbeutel? Thomas, was kostet mich denn eigentlich so ein Formicarium? Also es kann schon bei wenigen 10 Euro anfangen, wie wir mit der Plastikbox vorhin gesehen haben. Und das Becken, was wir jetzt heute gebaut haben, kostet ungefähr 70 Euro. Okay, und was kostet das Futter ungefähr? Bei meinen ganzen Kolonien, die ich hier habe, habe ich ungefähr 100 Euro Futterkosten übers ganze Jahr. Für alle Kolonien zusammen? Für alle Kolonien zusammen. Ah, okay. Und was kostet so eine Ameisenkolonie? Bei den Einheimischen fängt es schon bei wenigen Euros an, geht aber bei den Exoten relativ schnell nach oben. Wie ist denn das? Könnte ich mir denn jetzt so eine heimische Art auch einfach aus der Natur fangen? Nein, Ameisen aus der Natur zu entnehmen ist verboten. Genau. Das gilt übrigens für alle Tiere. Bitte, bitte keine Wildtiere aus der Natur entnehmen. Also ich bin super stolz auf unser neues Ameisenwohnzimmer. Ich finde, es ist uns super gelungen. Was meinst du? Ja, mir gefällt es auch sehr. Und jetzt, wo ich weiß, dass es auch ausbruchssicher ist, da kribbelt und krabbelt es mich gleich viel weniger. Wir müssen noch die Quizfrage auflösen. Du kannst mir bestimmt helfen. Was machen Ameisen, wenn sie sich bedroht fühlen? Antwort A, den Feind beißen. Oder Antwort B, den Feind anpinkeln. Thomas? Ist mir schon passiert und das ist zwar die Antwort A. Und zwar, wenn sie Ameisen bedroht fühlen, beißen sie zuerst ihren Feind. Und entweder stechen sie dann noch ein oder sie beißen ein und spritzen dann mit ihrer Säure. Vielen, vielen Dank, dass du mir deine 50.000 Haustiere vorgestellt hast. Ich bin auf jeden Fall total fasziniert von den kleinen, starken, fleißigen Tieren, die immer zusammenhelfen. Ich bin mir sicher, euch haben sie bestimmt auch gut gefallen, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Servus.